Musik Hallo zusammen, ich bin Doris, Oshka, Johanna, Misha, Philipp, Moi, c'est Emmanuel, c'est ça, c'est mon gourmet. Eupholium. Das Instrument. Das Instrument. Vor allem aber. Das Instrument. Ich finde es bis heute noch das geilste Instrument. Das Einzige, was ich weiss, ist, das hat mich glänzt. Das ist die eigene supergut private Stereoarchie. Und dann auch schnell einfach. Weil meine Schwester geil gespielt und ich ein ähnliches, aber nicht das gleiche Instrument spielen wollte wie sie. Weil es sehr vielfältig ist. Fussball, da spiele ich auch im Verein, aber auch Volleyball und Handball. Und ich spiele auch gerne Theater. Spiele das. Dann lese ich, treffe mich mit Freunden oder spiele mein Crowd. Ich vorbereiten, höre, überlegen und ich freue mich auf die nächste Ubispro. Ich hatte mega viel Spass während meiner Zeit bei den Ubis und durfte sehr viele schöne und coole Momente erleben. Falls auch du interessiert bist, ein Blasinstrument zu erlernen und dazu noch in so eine super Gruppe mitzuspielen, dann komm doch zu uns und mach mit. Ich freue mich und bis zum Erinnerung auf! Versteigte es. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020